Willkommen von Satalks. Heute habe ich das zweite Film von Saekano für euch mit dem Untertitel How to Raise a Boring Girlfriend. Das erste Film habe ich natürlich auch schon ausgepackt. Das Extra, wo es daraufhin hingewiesen wurde, diese Klarsichthülle, ist eingetroffen. Ich weiß noch gerade nicht, wo ich es im Moment habe. Das heißt, da gab es Produktionsschwierigkeiten, weswegen das Ganze noch nachgereicht wurde, aber es ist alles angekommen, so wie es sein sollte. Ja, hier jetzt auf alle Fälle das zweite Volume der FSK-Flatschen kann. Wieder einfach abgebiebelt werden. Gucken wir auf die Rückseite, was denn so alles mit dabei ist und drin ist und drauf ist. Hier sind Episoden 7 bis 12 drauf. Als Bonus-Glitter und Digital sind Klin-Open-Nem-Ending mit dabei. In den Sprachen ist das Ganze auf Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln. Geht insgesamt 150 Minuten. Bildformat 16 zu 9 von AD und die Sprachausgabe jeweils ist in 2.0. Gucken wir uns auch das Design im drinnen an. Wenn es denn raus will. Ich will gerade nicht raus. Es hängt in der Hölle fest. Es hängt jetzt ein bisschen. Ah, jetzt. Warten wir sogar. Da haben wir das Innere wie so ein Notizheft gehalten. Und die Disc dahinter wird, glaube ich, nichts weiter sein. Ja. Aber zu guter Letzt können wir natürlich wie immer noch gucken. Da habe ich gedacht habe, das so weit zu legen. Wie das alles in den Sammelschub reinpasst. Und das passt perfekt rein. Schließt blödlich ab. Dann, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Ciao.